In der Ukraine gehen die Kinder mit sechs Jahren in die Grundschule. Dann gibt es ein Lüszem und ein Gymnasium. Im Gymnasium lernen die Schüler fünf Jahre lang. Im Lüszem acht Jahre lang. Nach dem Gymnasium machen die Schulen eine berufliche Ausbildung und gehen ins Lüszem drei Jahre lang. Nach dem Lüszem macht man das Abitur und darf an der Universität studieren. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Im Lüszem macht man das Abitur und darf an der Schüttchen nach Bögen zurückkehren.